Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Hast du Fragen zur Telefon, dann bist du in diesem Video genau richtig. Mein Name ist Oliver Schirmer, ich freue mich sehr, dass du dieses Video eingeschalten hast und vielleicht denkst du gerade über eine Zusammenarbeit mit der Telefon nach, hast aber bevor du anfängst noch so ein paar Fragezeichen im Kopf, die du gerne vorher geklärt haben möchtest. Dann möchte ich dir jetzt nicht hier alle Fragen beantworten, sondern ich möchte dir ganz einfach zeigen, wo du die Antworten auf deine Fragen findest. Und zwar bin ich die letzten Tage mal so meine Notizen durchgegangen und habe mal die Fragen zusammengetragen, die mir so im Laufe der Zeit immer und immer wieder gestellt wurden und die auch Teampartnern immer wieder gestellt werden und habe die einfach mal so ein bisschen zusammengefasst und habe meine Antworten dann dementsprechend zum Besten gegeben. Und wenn noch Fragen offen sein sollten auf dieser Seite, dann hast du auch dort die Möglichkeit, unterhalb des Videos deine Fragen in der Kommentarfunktion einfach zu schreiben und ich werde die dann natürlich dort beantworten. Und deswegen werde ich dir unterhalb des Videos dann auch den Link zu dieser Seite zur Verfügung stellen, sodass du einfach und schnell zu der Webseite kommst und dort deine Fragen dementsprechend beantwortet werden. Ja, als Beispiel für Fragen, die sehr, sehr häufig kommen, ist zum Beispiel, wo finde ich die Telefon-Präsentation? Wer oder was ist die Telefon eigentlich? Wie sind die Verdienstmöglichkeiten? Wie ist der, wie funktioniert der Vergütungsplan? Wie sind die Aufstiegsmöglichkeiten? Wie ist der Karriereplan? Und da findest du natürlich dann auch unter anderem die Antworten eben auf diese Fragen. Und ich weiß, dass gerade in der aktuellen Zeit ja viele Menschen neu über ihre beruflichen Perspektiven nachdenken. Und spätestens seit der Corona-Pandemie ist auch mittlerweile jedem klar geworden, dass man sich im Prinzip auf nichts mehr verlassen kann, außer auf das, was man selbst in der Hand hat. Und deswegen denken, wie gesagt, viele Menschen halt neu darüber nach, wie es in ihrer beruflichen Perspektive dann die nächsten Jahre und Jahrzehnte weitergehen soll. Und ich weiß, dass viele ja unter diesen Menschen sind, die aber auch gar keine Zeit oder keine Lust mehr auf Experimente haben. Und da ist die Telefon ja eine klasse Option, wenn nicht sogar die Option. Ja, warum? Der Energiemarkt ist, wenn du so willst, der sichere Hafen. Und die Telefon ist in diesem Hafen ja das größte Schiff, was dort vor Anker liegt. Mit der besten IT ausgestattet, die man haben kann. Und dementsprechend solltest du, wenn du jetzt dich für eine Zusammenarbeit interessierst, unbedingt auf diese Seite gehen, dir deine Antworten dort abholen, und dann für dich einfach eine Entscheidung treffen. Also, wenn du wissen willst, wie du mit uns zusammenarbeiten kannst, findest du alles dann auf dieser Seite. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß ja nie, für wen das interessant sein kann. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. Ich wünsche dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen und wenn ich dich in der Telefon-Familie willkommen heißen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Ciao.